Hier steht RIO drauf, da ist auch RIO drin. Hier hat man dann die Poollandschaft. Hier haben sie einen künstlichen Strand angelegt. Und im Nachbarhotel wird halt immer noch gebaut. Im Moment hat man noch Baulärm im RIO Hotel. Und hier gehen wir dann einfach mal runter zum Strand. Einfach hier durch. Traumhaft schön. Hallo. Viel Spaß. Danke. Und hier hat man dann die traumhafte Mannschaft. Das RIO Hotel ist dann eigentlich ein kleines, zwischen den anderen großen. Und hier unten ist dann Miami Beach. South Miami Beach. Und da unten der RIO Drive ist ganz unten. Ocean Drive.